Tja, machen wir nix. Saja, die wundern sich. Kurz vor dem Ausgang. Tja, Baby. Kann gut sein, dass die jetzt gerade ziemlich hart abkortzt, obwohl sie wurde gerade gesaved. Da ist die eine. Wo ist die andere? Vergiss es. Ah, ich wusste es nämlich. Die eine ist nämlich hier. Ja. Ja. Die war mit Sicherheit nicht begeistert, ja. Obwohl, die ist ja gesaved worden, habe ich ja gerade gesagt. Sie ist ja gerade gesaved worden, von daher ist glaube ich bei ihr alles im grünen Bereich. Die eine wollte sich gerade auch noch die Punkte snacken. Ist halt nur schiefgegangen, ne? Ich weiß nicht, ob sie beide hier sind. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nice. Bitte, was? Wow. Lol. Was war das? Das war auf jeden Fall interessant. Ähm, okay. Jetzt leckt es noch einmal. Krass. Sehr krass. Sehr kurios gerade. Und hallo, Swati. Willkommen. Schönen Mittwoch auch dir, mein Lieber. Das ist die nächste, die rumleckt, ey. Wow. Wow.